Wisst ihr eigentlich, was das UPAN ist? Das UPAN ist ein politisches Gremium, in dem wir uns damit beschäftigen, dass junge Menschen endlich mitreden dürfen. Dafür unterstützen wir zum Beispiel den Prozess Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland und sind das erste junge Gremium, das einen Sitz mit Stimmrecht in der nationalen Plattform hat. Diese Plattform besteht aus sechs Fachfrauen, die die unterschiedlichen Bildungsbereiche repräsentieren. Das geht von Kitas und Schulen über Hochschulen bis berufliche Bildung. Neben dieser Beteiligungsmöglichkeit bieten wir jungen Menschen an, Bildungsprojekte mit uns zu machen. Außerdem machen wir einmal im Jahr eine große Jugendkonferenz, die sogenannte UConn. Hier laden wir viele junge Menschen ein, um mit ihnen über Nachhaltigkeit und politische Sachen zu diskutieren. Wenn ihr mehr über unsere Mitglieder oder über die Arbeit, die wir machen, wissen wollt, schaut doch mal bei unserer Website vorbei. Königstück Paul 1 Blöden 1 3 Vielen Dank.